Irgendwas in der Richtung verlangen. Heilen. Müssen wir sich da nur. Mhm. Mhm. Was? Ah, gute Griefe. Äh, dann müssen wir natürlich gehen. Ekel, oder? Wir sind ja gefeuert. Ja, da muss ich aber gehen. Ich will zwar nicht, aber ich muss. Ich muss leider. Muss leider, sorry. Ich werde dazu gezwungen. Und wie wir gezwungen werden. Ich hab keine andere Wahl. Ich hab keine andere Wahl. Ich werde dazu gezwungen. Oh mein Gott. Passt. 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 Was ist das? Das ist das. Ja, gehen wir mal. Gehen wir mal lieber. Ich sehe da schon mal den ersten Brief. Bin schon gespannt, woß wir wieder alles erledigen müssen. Bin eh schon gespannt. Mit dem Rücken mit dem Rücken. Aber definitiv mal Heilung. Wie, wie geht's denn damit dem einen da voran, hm? Haben wir da noch... Ja, ein bisschen was haben wir noch. Ein bisschen was haben wir noch. Na, immerhin. Das Gute ist, da können wir gleich mal die Verbindung. Hinzu den einen oder anderen. Vielleicht... Lagerfeuer. Okay, passt. Ich hab mich schon gefreut gehabt. Nur Lagerfeuer oder f*** dich. Jetzt bin ich gespannt. Ich würde gerne diesen Ring... Mauer anschauen. Das ist aber ich glaube da nicht dabei, gell. Das ist nur was Spezielles. Ich verstehe das. Ich verstehe das. Ich verstehe das Spiel nicht. Anscheinend hat er... Achso, vielleicht kann man den gar nicht aufwerten. Das kann es vielleicht möglich sein. Das kann es vielleicht möglich sein. Und deshalb haben wir aber auch den einen oder anderen Ring nicht. Oder Zubehör oder was auch immer. Das kann es vielleicht möglich sein. Mhm. Oder wir haben es verkauft. Oh, voll deppert. Das kann es vielleicht auch möglich sein. Das kann es vielleicht wirklich möglich sein, dass wir voll deppert verkauft haben. Waffenfertigen brauchen wir mal erst recht, nicht? Wie schaut es aus mit dem Hapschi? Kann man zwar nicht vorstellen, dass jeder Händler immer irgendwas anderes haben wird. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, so... Ein paar Kleinigkeiten kann ich mir sicher gut vorstellen. Dass der ein oder andere Händler hat, was wir nicht haben. Mhm. Milch. Nicht böse gemeint. Aber... Muss ich. Muss ich kaufen. Allein schon nur wegen einem Boost. Warte, warte, warte. Gönn dir die. Mhm. Gönn dir die. Ganz, ganz wichtig. Gönn dir die. Warte, 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 warte da warte. Wenn man dachte, ich kann ja jetzt irgendwas machen mit dem Ring. Bzw. dieser Ring ist eigentlich auch, glaube ich, nur wieder für er. Und nicht für irgendwer Mann. Das ist nur für ihr. Nee, nicht wirklich. Ich bin eigentlich zwar nicht wirklich da, aber wir haben sich ja dann doch auf das ein oder andere dann doch gefreut. Aber so eine hübsche ist die auch wieder nicht. Gut, da haben wir ja viel hübschere im Team. Wie er sich schon gefreut hat. Geil. Und wie er sich gefreut hat. Oh mein Gott. Einfach nur geil. Okay. Zu mir beginnt ich mit Hallo Hübscher. Alles klar. Sorry. Brudy. Geil dir. Geil dir. Schöne, ich muss dir nichts wissen. Hihi. Lord, denkst du einfach nur so, Bruder. Bruder. Wieso kann ich nicht an seiner Stelle sein? Geil. Einfach nur geil. So ein Scheiß-Drecks-Moment. So ein Scheiß-Drecks-Moment. Einfach geil. Einfach, nein, schlecht. Definitiv, nein, schlecht. Ich muss mir schon gut vorstellen, irgendwann einmal wieder die nächste Huhensöhle zu finden. Und die steppert. Wenn ich so weiter mache. Aber der eine Ort ist eh wichtig. Der eine Ort ist wirklich wichtig zum Trainieren. Kann man schon gut trainieren. Beziehungsweise, wenn ich vielleicht sogar noch den zusätzlichen Ort finden könnte. Vielleicht mit Level 60, 60 und so. Wo wir dann noch schneller steigen können. Weil das wär's. Das wär's. Da würde ich fix trainieren. So 70, 80 vielleicht. Aber man kann ja nicht wissen. Mit so was von safe trainieren. Ja. Ich glaube. Ja. Nice. Hey. das wenigstens schon mal etwas ja ja der kuhl ja 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 Ich habe mich wirklich mit eventuell Nutzung gedachtNER Dissert Das finde ich schon ein Abo Mit ihm habe ich dann noch mal Maske democratienne Schönen es leider fickt dich die können die einfach die gehören die finde den bullen irgendein volltrottel so müssen wir auf untersuchen oder stehen da zufällig aufzeichen also kann man zwar nicht vorstellen dass das der pulle sein soll aber okay definitiv okay so immer definitiv nicht nach also immer nein es wird fix der pulle sein definitiv ganz entspannt ganz ganz entspannt angelehnt weißt du wie schnell die jetzt hier sind also schneller jetzt glaubt oder die steppe einmal spezial attacke tschüss 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 nichts nichts hat sich wir kriegen das ist wichtig müssen wir jetzt wirklich noch zurücklaufen weil normalerweise so mit mit der kuh oder besser gesagt mit dem stier komme ich gern wieder zurück so als begleiter weißt du so begleiter ist super super in den hunderttausend anderen sprühen kriegst du einen fuchs oder was auch immer oder einen wolf haben wir kriegen ja scheiß kuh Hey! Aaaaaaah! Figtig, oder? Meiergang! Pritz! Wirklich? Hey! Hahahaha! Geil! Hehehehe! Huh? Hehehehe! 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 Wieso habe ich leider das Gefühl, dass ich kein Plus damit machen werde? Ja! Bauernkleidung! Achso! Einfach nur Kostüme, oder was? Hmmm... Kostüme, te... Ja, okay. Kostümtechnisch... Schön gut. Kostümtechnisch... Mhhhh... Da erwartet man sich ja doch ein bisschen wieder mehr. Steppe, da drin gibt es auch, da drin gibt es auch was zu tun